Servus, ich bin euer Heubel von den Franconian Vipers und wie ihr seht schon auf der IWA und mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG. Mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und, ja, viel Spaß auf der IWA 2018. Ich bin David aus der Franconian Vipers. So, he's just asked me to give a brief introduction of the new HDI, currently this is a .50-caliber replica from Desitec. So, the main functions are quick-release spring, so... Ah! 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 It's a new product. It's a prototype. It's a prototype. Oh, prototype? Yeah. Ah! There you go. Right? Ah! 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 60 Rounds BB Pellets Okay, we put back the spring Put back the spring guide and ah 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 and close it we have, this is currently in the pull configuration so you have to and when you hear clearly, you can hear light click when you lock the bolt the trigger, the hop-up system and the safety it's all compatible with the SRS and we have you can see if I move the gun a little bit more you can see the big flash hider anything else would you like to know we have a left hand version I will just bring the left hand version yeah this is the left handed version with a shorthand guard so it will be this way okay let me put this that's a sport version a sport version and a left handed version this is right this is left and this is the barrel the original barrel is quite heavy yeah it's full salad that's sitting in here yes and here is the sports barrel which is hollow inside how long is the inner barrel? do you know this? no no not really 680 I guess oh I need to I need to confirm with the engineers yeah I need to confirm with the engineers again so you see the the sport barrel is hollow we're going to use spaces to centralize the barrel and just to show you a stability of the the barrel we're using I'm going to show you a demonstration sir why don't you come over here please can I have you in the video? maybe we can move the camera Dini? but we'll do it with this gentleman sorry okay put sit 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 no problem and no problem pretty nice pretty nice so this will be launching end of this year and it will be in stores very soon um the white of those sorry the white of the scam the right? yeah the yeah sorry I don't understand yeah no problem it's okay it's okay it's okay let's cut it eh servus leute ich bin der Holby von den Franconian Vipers und wir sind hier am Stand von Silverback auf der IWA 2017 18 David 18 zählen du musst und zwar haben wir von Silverback ist ja bekannt für die SRS Systeme die Federdruck Repetiersysteme und zwar die sind ja alle relativ teuer also liegen so bei 700 bis 800 Euro und Silverback bringt jetzt so eine Art Sportsline raus und zwar hier haben wir das gute Stück sie ist ein bisschen abgespeckt das heißt wir haben keine Wangenauflagenverstellung wir haben einen relativ günstigeren Abzug was aber immer noch relativ gut ist und natürlich der Preis der Preis beläuft sich hier jetzt bei 350 bis 400 Euro was für eine SRS in der Hinsicht schon erschwinglicher ist als die allgemeinen 800 Euro die Waffe ist sonstiges vom System her nicht großartig anders bis auf eine Besonderheit wir können diese Waffe sowohl rechts als auch Linkshänder benutzen das System ist wie gewohnt ich spanne das Teil nach hinten kann aber auch von der zweiten hier kann es aber auch so machen dass ich die Waffe spanne wenn ich nach vorne drücke also einen zuschließenden Verschluss so genau also es gibt zwei verschiedene Versionen in der Art einmal die ganz normale und einmal die Push-Version und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit haben wir hier das Ganze wie gesagt für Linkshänder zu machen ist im Federdruck Repetiersystem mal was besonderes mal was neues und ist meines Wissens noch nicht allzu bekannt auch hier die Möglichkeit sowohl links als auch rechts entweder Push-Spannung oder die Rückspannung wie man es von Haus aus schon gewohnt ist ja Release soll das Ganze ca. Oktober diesen Jahres werden weiß nicht wo sie dann auf den Markt kommt ich schätze mal dann bei Cortezella und ja also wie gesagt sie wird auf jeden Fall erschwinglich sein und dann ist es eine Überlegung wert für mich ja weiß man jetzt noch was was denn ja zwei zwei Engelsflügel zwei Engelsflügel komm stell dich mal vor mich ok so sieht das aus so sieht das aus so sieht das aus so sieht das aus Vielen Dank.